Hi Freunde, Willkommen zurück zu einer heutigen Folge von Clash of Clans. Ich habe heute mal wieder eine Angriffstaktik vorbereitet Dazu aber später etwas mehr Erstmal so ein bisschen was anderes. Ich glaube ich werde den Titel Kein Bock mehr auf CW nennen. Ist etwas überspitzt dargestellt, aber heute der optionale CW hat mir schon wieder gezeigt Oh, ich habe sowas von gar keinen Bock mehr auf diesen dreckigen Drecksclankrieg Die letzten drei Clankriege habe ich mit dem ersten Angriff jeweils immer 0 Sterne geholt immer Immer, immer waren diese hässlichen dreckigen Hexen schuld Dass ich keinen Stern bekommen habe immer immer sie war mal schuld immer mal diese Hexen schuld Und zwar kann ich euch mal ganz erst mal zeigen das habe ich eigentlich wieder gar keinen bock hatte merke ich heute Da hatte ich wieder keinen Stern ist ja logisch aber ich sag mal so aus eigener dummheit habe ich keinen Stern bekommen Aber ehrlich gesagt nachdem die gegner truppen so scheiße waren wollte ich auch keinen Stern mehr haben Er erinnert mich natürlich selber dass ich es nicht verkackt habe aber gut kann man jetzt nichts mehr daran ändern und lustigerweise Warum sind die Mauerbrüche da gestorben, wo habe ich noch Mauerbrüche hingeschickt, die habe ich schon her Irgendwo waren eigentlich noch Mauerbrüche gewesen ist ja egal Ja da habe ich die Jump Zauber zwar hingehauen und was machen meine Truppen Ja warum sollte man mal in die Mitte laufen ist ja unnötig der ganze Jump Zauber verschwendet Was schon ziemlich scheiße war und wo die Einheiten langlaufen irgendwo rechts ins Nirvana und hier ist halt die Hexe Die Hexe die hässliche Hexe ist da drin der mein kompletten Angriff zerstört hat Komplett komplett Angriff zerstört Und meine Packers greifen natürlich nicht die Hexe weiter an sie haben schon ausgeholt zum Angriff was machen die Packers Nö ich greife mal über das Skelett an das sieht geiler aus Ja dann habe ich den angefragt gebrochen aus Dummheit weil ich nicht gesehen habe dass er die Packer war Aber keine Sorge meiner Maus da dran ähm musst du dran glauben sie liegt jetzt in Einzelteilen in meinem Elektronik Schrottbeutel Ich habe die so zugerichtet die erkennt nicht mehr wieder Ja gut glücklicherweise habe ich ja immer Ersatz für die Mäuse da Der hat aber sowieso schon gelitten einfach jedes Mal wenn ich nur Sterne kriege es regt mich einfach auf es nervt einfach jedes Mal 900d auszugeben Eine halbe millione elixier gefühlt und er sagen wir 300.000 elixier und Endlich viel mehr sogar nehmen jetzt 300.000 an den topen kostet 300.000 400.000 bestimmt und dann einfach zu verkacken weil solche wichs hexen da drin sind was ist einfach nur dem motiviert eigentlich hatte ich auch gesagt ich habe Kein bock jetzt mehr auf klark ich mache auch keine mehr mit Ich weiß es nicht eigentlich will ich auch die erfolge haben weißt ich will ja die ganzen drecks erfolge haben die beiden hier Aber wenn ich halt nicht mitmache dass das schlecht ist zu machen also ich bin mir unsicher was ich machen soll Ich weiß es nicht ich kann das ja beim nächsten mal dann entscheiden wenn man wieder ist Glücklicherweise Ich habe mein zweiter angefangen gesessen Auf den auf den neunten das ist einfach nur traurig was für ein unterschied diese die die vier links machen die vier stufen gegen den 0 Ne gegen den 0 und gegen den easy going zwei sterne ich habe den sowas und zerstört eigentlich mit 66 prozent Gar nicht schwer gewesen sei die zwei sterne zu holen aber naja Also es ist einfach dumm und ich bin halt nicht der einzige der sich hat doch auch so mies wie wenn er ist man nur sterne kriegt Und natürlich immer diese dämlichen sinnlosen und intelligenten kommentare von bestimmten leuten das ist einfach nur wirklich Ich bin schon wirklich Stolz auf mich dass ich im eifer des wutes keine leute kicke für ihre dummen sprüche auch doch schade gar kein stern hättest du mal das mitgenommen aber du hast doch gesehen dass der hexen drin sind nachdem ich gekämpft habe Nimm doch ein blitz zauber mit hättest du mal noch ein golem mitgenommen Ja schön für die tipps aber sind einfach dumm ich habe den händen auch geschrieben Was glauben sie warum ich nicht frage hier im chat warum ich nie reinschreibe diesen chat weil einfach nichts zurückkommt was intelligent ist Und zumindest fast nichts was intelligent ist die leute denken nicht nach bevor sie schreiben Ich meine what the fuck hätte ich gesehen dass er oder hätte ich gewusst dass der hexen drin sind die fächende zauber mitgenommen Aber wer weiß das schon ich weiß ja nicht ob ihr eck mod benutzt um eure einheiten auszufinden welche im klaren book drin sind Aber ich zumindest nicht und ja ja deswegen ich hatte den leuten auch irgendwo geschrieben gehabt Irgendein anderer kristallor Ach dass sie zumindest die klappe halten sollen zu demjenigen der nur stellen hier war es doch gewissen zu nehmen in der nur sterne kassierte also nur sterne bekommen das ist schon so schon Ziemlich mies für denjenigen wenn er halt noch geschrieben will Ja also hätte man da besser machen könnte dann denke ich mir alter wirklich wirklich und naja Egal Manchmal verliebt man hat im ck das ist halt ärgerlich hat keinen stern zu bekommen dreimal hintereinander und das regt mich halt auf Vor allem wie meine eigene dummheit hätte ich halt den pecker durchlaufen lassen aber es geht ja auch um die vorigen ck's Jedes mal nur sterne zu kassieren ist einfach dumm da denkt man sich scheiß auf ck ich mach die nie wieder mit Als einfach nur elixier und alles verschwendung ist ich meine ich habe das ja nicht zum zum auspulver ich brauche das ja auch irgendwo für Aber gut ja ich hatte meine kühne noch nicht bei gehabt aber ich glaube sie hätte auch nicht so viel Wobei also hat er bestimmt ein bisschen was gemacht im ck Okay ich wollte euch noch ein kleines an eine kleine verteidigung zeigen Vorhin superkleid penner der mich heute morgen angreifen wollte oder nicht wollte sondern hat erst mal gucken wir uns das profil an level 124 Fast alles maximal truppen er hat sowas von gejammt ohne ende der typ 259 min Elixier und hat alle truppen auf maximal fast das ist einfach nur lächerlich der typ Ach ja Wobei er hat vielleicht doch nicht gejammt ich meine seine mauer sind scheiße Ne doch er hat gejammt sowas von sowas von der typ Naja gut er macht auch nichts hat mich trotzdem angegriffen mit maximalen truppen hat es aber trotzdem nicht geschafft 100 prozent zu bekommen das ist interessant Schauen wir uns einfach mal an So na gut er hat auch weiß ich nicht was für eine truppenkombination er hatte Von allem halt so ein bisschen aber es reicht auch nur allein die helden ist wahrscheinlich schon gereicht wenn wir auch so enorm stark sind Und ich weiß nicht was er in klamut und hatte Die vierer drachen sind so geil aus Ich liebe die sieben luftabwehr Die ist so genial Und da sind meine geilen bogenschützen und paparen und magie drinnen Kabim Batsch 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 hast du der hat meine dienst geblitzt meine magier Hatten sogar Fünftigen auch fünfmal pekker sind da drinnen Ja wobei ich natürlich auch meine defense gar nicht so schlecht finde weil halt der barbank könnte ich alle schon ziemlich auf die fresse bekommt Also das wird dagegen machen die sind einfach mega stark aber hier siehst du schon wieder vierer nach einfach mal schmilzt Er schmilzt einfach nur unter dem unter den luftabwehr Angriffen war schon ziemlich krass Er hat so ein bisschen was machen können aber im endeffekt hat er nicht alles zerstören kann was mich schon stolz macht Und wobei die exe noch im ausbau waren oder hat er vielleicht abgebrochen der hat verloren Das sehe ich nicht ein dass wir gehen ja den angriff abgebrochen hatte das einfach mal eiskalt verstört wo würde ich sagen Er hat einfach nicht alles angegriffen aber er hatte dem hat das meiste zeug bekommen Ja sieht doch mal was man hier an wie man hier angegriffen wird glücklicherweise hatte ich halt nichts in den lagern drinnen gehabt Und somit hatte halt fast nicht stehen können also die 300.000 250.000 gold Tun natürlich ein bisschen weh aber was soll's So ist das halt muss ich wieder 50 millionen jahre rumsuchen ehe ich durch den beute bonus Das wieder ausgeglichen habe Na gut aber ich habe ja gesagt wir machen noch eine angustaktik Und zwar hatte der seymann tutuk mal vorgeschlagen habe bei küren und heiler Zwei wut und ein heil zauber habe ich habe ich habe ich alles hier habe ich alles hier sechs heiler 16 verkündet Zwie wut und ein heil zauber Genau der bau war natürlich noch mit dabei ist ja logisch Dann schauen wir mal welchen gegner wir uns ja schön nehmen können so ein bisschen de wenn ich da 470 d ist so wenig Aber da hat auch an die fans gar nichts hatten aber 133.000 koppeln ganz cool Auch nehmen uns einfach mit Ich meine beute bonus wobei dagegen hatten natürlich nicht mehr 16 verkündet sind einfach zu Ich war es nicht Auf jeden Fall gibt es jetzt hat nicht so viel Bevor ich ewig umsuche Erster durfte dass er nicht zu viele wobei er hat schon starke die fans es sind nur es sind nur bei küren Es sind jetzt nicht so die die op-sten dinge überhaupt Das war würde ich gerne eigentlich die luft ab weiterhin kaputt machen Aber ich kann doch hier sogar noch mal einmal reingehen irgendwo hier zack 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 Dann schauen wir mal Schön rein ins dingens Ins dürfchen Ob meine dinge auch was dazu bekommen ne war meine heiler die werden noch nicht viel machen Wurde noch nicht viel viel dazu bekommen Ja luftabwehr bitte kaputt machen dankeschön Auch heute sind sowas schicke schickes Ja doch die sind schon ziemlich stark also ich weiß nicht mal ob ich da überhaupt 100 prozent kriege weil die schon Sehr sehr defensiv sind die gegner habe ich die luftabwehr nach kaputt machen dankeschön Ah dankeschön vielen vielen dank Mein kleiner barbaren könig Ja na ach bitte weil kyra hochgeheilt Und ah sie ist allein gestorben schade aber auch Weil die heiler meinten ich werde sie jetzt nicht mehr heilen So das ganze wichtig ist aber immer noch nicht rausgenommen worden also das de und Das gold jetzt kommen sie langsam zum gold Achso ich habe immer noch ein wutzauber kommen wir hier noch ein heilzauber hinsetzen Muss ja sein stimmt da habe ich ganz vergessen die zauber wieder Ja 40 d pro attack ist schon nicht wenig Lohnt sich lohnt sich ja und banken bei banken kriegt er ziemlich auf die fresse durch minwerfer Bogenschützen turm und 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 kanone Aber er hält sich gut dagegen Leider haben die über banken ein bisschen zu lang gebraucht um Den beschützen zu können dann Den auch den beschützen zu können dem banken nicht aber trotzdem gut an was ich bin schon froh dass ich keinen anderen genommen habe weil er schon Aber künstler hat nicht so so die die mega krassen russia das dauert auch ein bisschen Wenn ja gleich abgelenkt werden dann ist das auch ein bisschen beruf Wer da hinten aber noch und 31.000 gold Können sind auf jeden fall schon was schick ist und vielleicht sollte ich auch bald hoch machen aber erst mal das ziel Beide helden auf 15 bzw. 20 zu bekommen weil gar nicht die händen sie einfach so was von ander level Und aus dem grund welch wahrscheinlich auch viele ck oder viel angefangen von verlieren wir einfach von die helden mega andere wird sind Ich liebe das und 35.000 35.000 100 Stimmt ihr seht ja ich bin jetzt gekommen Weil ich da ein bisschen de fahren wollte ja 100 de wieder zu hat 570 de dazu Hab jetzt aber glaube ich auch 1500 De für den angreif ausgehen wir hat jetzt 16 verküren 1120 elixir habe ich ausgegeben für die wolken alleine nur das ist schon ist schon krass Und ich werde jetzt ich werde es nie wieder genug truppen machen Die ich nicht verspenden könnte oder ich dann wegschmeißen könnte ich habe nämlich schon und wie 20 lakain oder so wegschmeißen müssen glaube ich War keiner die haben wollte kurz vor dem zicker deswegen werde ich jetzt keine einheit mehr zu viel machen Wenn irgendjemand anheiten haben wir dann kriegt das hier aber muss halt ein paar sekunden warten falls ich keine badstruppen mehr habe dem ist es egal Ja 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 es ist halt nicht so einfach also ich ich würde gerne mein wunsch wäre meine helden jetzt im dauerausbau zu haben Einfach aus dem grund von die beide einfach schwach sind Ja gut level 10 ist noch ganz okay also die kümmer ist ja wirklich erstmal level 10 kommen ist einfach zu schwach einfach zu schwach auf level 6 Aber dafür brauch ich halt mehr de und ich habe ja vorhin hier erst mal vor paar tagen den golem ausgebaut das war keine so gute idee fand ich Ist ja auch immer das ganz tolle die die was die leute schreibe oder sagen Dass golems und laber hunde auf level 1 total unnütz sind und gar nicht bringen dann frage ich mich doch Warum gibt es die stufe 1 dann überhaupt natürlich bringen sie was sie bringt nur etwas weniger als die ausgebauten stufen aber zu sagen sie sind unnütz nur weil sie die nächste stufe dann 500 tat dazu bekommen was im endeffekt jetzt auch nicht so viel ist weil das sind weiß ich nicht ein paar Bogen schützen dome text ist es ist nicht viel wenn man hier mal ganz gezuckt sind das Acht sekunden 6 7 sekunden lernen das ist doch nichts eigentlich Sieben sekunden dann ist das ding auch wieder kaputt die 500 hp dafür 60.000 de Das ist schon ziemlich stolzer preis dafür nachdem ich den golem gemacht habe ich erst mal keine dunklen truppen mehr machen ich werde die Drei Die drei elixier dinge noch machen also das sind 10 17 22 tage und werde mit dem ganzen de ich war werde wirklich jetzt erstmal versuchen kristall zu farmen Vielleicht doch kristall 2 ich bin überlegen 50.000 und 200 De mit einem sieg ist schon nicht gerade wenig Und ja ich brauche mir die wirklich ich habe auch überlegt man die die Elixierbohrer zu boosten aber es ist wenn er echt zu teuer 60 tage er 60 gems für einen tag also 4800 de mehr das ist das lohnt sich absolut gar nicht ist es das ist nicht über Müsste man warten bis zu passen immer wieder sondern ein gem aktion macht Können sie mal bald wieder machen wäre ganz cool Abschnauern hätte es da reinschreiben müssen ja ich hoffe du spendest dann auch nur nur Bogenschützen weiß nicht wissen sie leutigen die barbaren haben ich finde barbaren cool Natürlich ich gebe den leuten immer auch barbaren wenn sie nicht unbedingt reinschreiben nur bogenschützen Weil barbaren auch wertvoll sein könnten Mager 50 wie ein mage habe ich leider nicht mehr ich mache jetzt auch keine magie mehr Nee also wie gesagt ich bin überlegen ob ich den nächsten ck überhaupt mitmache der nächste ck ist ja Ist ja auch noch ein optionaler zähl ob ich die europa mitmache oder den leuten erst mal Sich selbst überlassen wie gesagt eigentlich will ich mitmachen einfach weil die beute schön sein könnte und wen die achievements und Ja ich weiß nicht Ich bin noch am überlegen aber wie gesagt meine helden müssen das besser wenn sie einfach viel zu schwach das stimmt schon außer teuer ich weiß nicht 35.000 elixiert das glaube ich die kostet also de meine Worte jetzt hin klicken Mal wo ich jetzt hin klicken Ich habe keine ahnung von 35.000 de ich weiß jetzt nicht wie ich hin klicken wollte habe mich die queen gekostet Er ist jetzt echt nicht gerade günstig aber gut ist hat ein bisschen stärker danach Ich weiß es nicht na gut lassen wir uns einmal überraschen beim nächsten ck Das die fans eingeschrieben was darüber ist lese ich doch nicht immer Ich meine selber schuld also dann hört auf um zu heulen hier naja gut genug gemein gewesen Machen dann ein paar truppen so zwei drei vier und ja da würde ich sagen sie morgen in der morgigen folge wieder Von clash of clans mal gucken was es dann so schön das zu tun gibt Der angriff zumindest schon mal fertig von Semen tutuk und ich habe jetzt seit zwei wochen seit zehn tagen keine angstaktik gemacht mein gott Schande über mich bitte Und lieber kuren und die golem und die hexen gönnt man sich 50 prozent golems und die schweinereiter ich habe soviel dem überfluss wirklich deswegen so muss ich die angebung machen Die angebung werde ich mal schön weit nach hinten schieben schön weit nach hinten Na gut dann würde ich sagen was das gewesen für Dank fürs Zuschauen wir sehen uns in der morgen folge wieder der ck ich weiß nicht wie der ausgehen wird Das der bläde der klaren black system Gegen die wir spielen hat übrigens unter meinem video geschrieben gehabt unter meinen alle luftabwehr level 7 video Aka 50 botan kriegst du hin Dreckige verranzte luftabwehr wirklich Ja der zweite stern wird da er wird auch der wird auch siehst du das so super Dreckige luftabwehr halt Kann man nicht anders sagen dazu Okay leute der ck black system ist ja das erste mal übrigens dass wir in deutsch und klaren als Gegner haben das ist extrem selten gewesen dass wir es wir hatten aber gut Ja vielen Dankst du schon bis zur nächsten folge Bis dahin leute bye bye